Mir ist aufgefallen, dass ein paar Booktuber vor allen ihren Videos enthält bezahlte Promotion, also Werbung, einblenden. Das ist eine Funktion, die ein YouTube zur Verfügung stellt. Schnell kamen dann aber die Videos auf, ja, das heißt jetzt aber nicht, dass jetzt wirklich jedes Video bezahlt ist, das muss man jetzt halt so machen. Stichworte wie Abmahnung, neue Richtlinien oder Gerichtsurteile fielen in diesem Zusammenhang. Fragen, die mir sofort durch den Kopf geschossen sind, waren, warum, seit wann und wie kommt ihr drauf? So, Quellenangaben wurden jedenfalls nie mitgeliefert, was es mir sehr schwer gemacht hat, das alles nachzuvollziehen, nachzuverfolgen. Daraufhin habe ich also meine eigene Recherche gestartet und das Ergebnis davon seht ihr hier. Hallo zusammen, willkommen zu diesem Video. Ein paar Hinweise gleich mal vorweg. Dieses Video hier ist mein Recherchergebnis, es ist keine Rechtsberatung. Diesen Recherchegang habe ich euch in Form von Links unten in die Infobox gepackt, damit ihr das nachvollziehen könnt, damit ihr sehen könnt, worauf ich mich stütze, wenn ich hier etwas erzähle. Also eine Quellenangabe, eine Angabe, die ich mir bei so manchen anderen auch gewünscht hätte. Woher kommt also dieses Phänomen, dieses fragwürdige Kennzeichnen von allen Videos? Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, denn das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Mir wurde der Hinweis gegeben, dass das auf Instagram begonnen hat. Ich tippe in diesem Zusammenhang auf das Rossmann-Urteil. Dort geht es um Schleichwerbung von Influencern. Im Vorfeld gingen auch mehrere Abmahnungen rum, wegen fehlender Werbekennzeichnung bei YouTubern und Instagrammern. Was ist passiert? Vielleicht sagt euch der Fall Flying Uwe etwas. Dieser YouTuber wurde mehrfach von der Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein dazu aufgefordert. Videos, in denen er ein Produkt besonders ausgiebig sehr positiv dargestellt hat, also es beworben hat. Als Dauerwerbesendung zu kennzeichnen. Dem ist er bewusst nicht nachgekommen und hat sogar noch zusätzlich ein spöttisches Video dazu hochgeladen. Woraufhin er dann zu 10.500 Euro belangt wurde, finde ich nachvollziehbar, finde ich gerechtfertigt. Es gab auch mehrere Abmahnungen gegen große Instagrammer, weil sie Werbeposts nicht als solche gekennzeichnet haben. Wenn überhaupt wurde Hashtag Ad oder Hashtag Sponsored verwendet und das galt zu der damaligen Zeit eben als Grauzone. Also es war strittig, ob das als Kennzeichnung jetzt ausreicht oder nicht. Grundlage ist eine Erneuerung im Medienrecht. Unter anderem betraf das eben den Paragrafen 5a des UWG, also des unlauteren Wettbewerbsgesetzes von 2015. Dort fand eine Anpassung an die EU-Richtlinien statt. Folge war das Rossmann-Urteil des Oberlandesgerichtes Zelle im Juni 2017. Dort wurde bestimmt, dass die Kennzeichnung von Werbung mit diesem Hashtag Ad gerade auch in Kombination mit noch mehreren anderen Hashtags nicht ausreichend ist. Dass das keine ausreichende Kennzeichnung ist. Was ist passiert? Rossmann hat durch Einschaltung von Dritter, in diesem Fall war es eine Instagramerin, kosmetische Produkte beworben, ohne den geschäftlichen Zweck der Werbung kenntlich zu machen. Also es ging hier um einen bezahlten Instagram-Post. In dem betreffenden Urteil dazu war auch abgedruckt, wie dieser Post nun eigentlich lautete. Er lautete wie folgt. An alle Sparfüchse, Doppelpunkt. Aufgepasst, Ausrufezeichen, alles großgeschrieben, nur großgeschrieben. Morgen gibt es in allen Filialen von Hashtag R, ich nehme an Hashtag Rossmann, und im Online-Shop 40% auf Augen-Make-up, Ausrufezeichen. Viel Spaß beim Einkaufen, Ausrufezeichen. Es folgten dann noch so ein paar Ads und Hashtags. Und dazu war eben das Foto die Abbildung mit zweier weiblicher Unterarme mit Kosmetika und Schmuckstücken. An zweiter Stelle Hashtag Ad von sechs Hashtags, ganz zum Schluss halt des Beitrags. Wie gesagt, das habe ich dem Urteil entnommen, ist auch alles unten verlinkt. Und das Gericht entschied, dass das als Kennzeichnung eben nicht ausreicht. Der Hinweis, also der Werbehinweis, dass dieser Post Werbung ist, muss deutlich erfolgen, dass aus Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds der jeweils angesprochenen oder betroffenen Verbraucherkreises kein Zweifel am Vorliegen eines kommerziellen Zweckes besteht. Weiterhin heißt es, der kommerzielle Zweck muss auf den ersten Blick hervortreten. Und genau das ist eben nicht der Fall, gerade auch wenn dieser Hashtag Ad in einem Hashtag Wald untergeht. Dass da eine Welle durch die Instagramer ging, die sich für ihre Posts eben bezahlen lassen und vorher nur diese Kennzeichnung verwendet haben, das verstehe ich. Das erklärt für mich aber nicht, warum jetzt plötzlich einige eine inflationäre Kennzeichnung ihrer YouTube-Videos vornehmen. Ich wurde aber auch weiterhin auf ein paar YouTube-Videos aufmerksam gemacht. Eins von Glacey Naylor, falls es ausgesprochen wird, Melody of Books und Cerebro Books. So, sehr undurchsichtig, zum Teil sehr lang mit Behauptungen ohne Quellenangabe. Super. In zwei von den Videos, nämlich einmal das von Luna, also Glacey Naylor und Melody of Books, kam die Erwähnung von Affiliate Links. In meinen Worten wiedergegeben lautete die Behauptung, man müsse diese Kennzeichnung, also dieses enthält bezahlte Promotion einblenden, sobald man in der Infobox Affiliate Links verwendet. Da wurde ich natürlich hellhörig, denn wenn es dazu neue Vorschriften und Gesetze gibt, dann möchte ich das wissen. Zumal das ja auch impliziert, dass jeder, der es nicht so macht, rechtswidrig handelt. Eine Quelle wurde natürlich nicht verlinkt, auch nicht genannt. Ich habe mich daraufhin also selbst am Recherchieren gemacht und sehe da, ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt, dass man enthält bezahlte Promotion ins Video einfügen muss, wenn man Affiliate Links in der Infobox verwendet. Nach meinem jetzt ja nochmal aufgefrischten Wissensstand ist das falsch, beziehungsweise ist das nicht erforderlich. Natürlich sind Affiliate Links Werbelinks und müssen dementsprechend auch als solche gekennzeichnet werden. Das ist nichts Neues. Ich hatte unter anderem zu diesem Thema bereits 2015 zwei Videos dazu gemacht, mit damals auch sehr vielen Links in der Infobox zu diesen Themen. Nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt das Trennungsgebot. Hier in diesem Fall wäre es, glaube ich, Paragraf 6 des TMG, des Telemediengesetzes. Bedeutet, kommerzielle Kommunikation muss als solche gekennzeichnet werden. Werbung muss als Werbung gekennzeichnet werden. Jeder Affiliate Link muss gekennzeichnet werden. Das muss deutlich erkennbar sein. Und der Begriff Affiliate Link muss erklärt werden. Selbst auf der Seite von Amazon Partner Nett ist unten verlinkt natürlich. Links, also diese Affiliate Links, sind Werbung und müssen als solche gekennzeichnet werden. Hierfür kannst du einen schriftlichen Hinweis direkt im unmittelbaren Umfeld des Links verwenden. Beispielsweise bei YouTube die Videobeschreibung. Bei der Kennzeichnung muss dem Leser erklärt werden, dass du bei einem Kauf von dem Link am Umsatz beteiligt wirst. Was aber nirgends steht, ist, füge bitte enthält bezahlte Promotion in deinem Video ein. Der Witz ist, selbst wenn man das macht, den betreffenden Link wälzt, aber immer noch nicht kennzeichnet, dann ist der eben immer noch nicht richtig gekennzeichnet. Ist wirklich nach wie vor absolut schleierhaft, wie man auf diese Idee kommt. Ich weiß auch von keinen Gerichtsurteilen in diese Richtung. Ich habe nochmal explizit danach gesucht, habe aber keine gefunden. Was mich auch verwundert hat, dass es dies als Rezensionsexemplare kennzeichnungspflichtige Werbung sei. Bei Jessie wurde das nur so ganz kurz in seinem Halbsatz erwähnt, bei Sarah Bow sehr vehement. Dort wurde auch kurz Abmahnung eingeworfen. Das wäre mir tatsächlich neu. By the way, ihr braucht übrigens nicht nur dann ein Impressum, wenn ihr Gewinnabzielungsabsichten bei eurem Kanal oder Blog oder was auch immer habt, sondern es reicht schon, wenn ihr einen journalistisch-redaktionellen Anteil habt. Also wenn ihr Meinung generiert und wenn eure theoretische Reichweite groß genug ist, also wenn es öffentlich ist. Das dürfte bei so ziemlich jedem Booktuber der Fall sein, egal wie klein der Kanal ist. Das gilt natürlich auch, wenn man einen Blog betreibt. Das gilt auch bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Jedes Mal dann, wenn man eben diese Kriterien erfüllt. Aber wieder zurück, ob Rezensionsexemplare kennzeichnungswichtige Werbung sind. Nach meinem Wissen gibt es dazu keine Gerichtsurteile. Ich wüsste auch nichts von Abmahnungen wegen fehlender Kennzeichnungen bei Rezensionsexemplaren. Also jedenfalls nicht, wenn die betroffene Rezension nicht noch zusätzlich bezahlt wurde. Und auch dort keine genannten Quellen zum Nachverfolgen. Nach meinem Wissenstand sind Rezensionsexemplare nach wie vor eine dieser berühmten Grauzonen. Was bedeutet Grauzone eigentlich? Weil ich bei vielen das Gefühl habe, dass das als Synonym verwendet wird für Naja, dann ist das ja eigentlich okay, ne? Nein, das heißt es nicht. Grauzone bedeutet, dass es strittig ist, dass es verschiedene Rechtsauffassungen davon gibt. Letztlich weiß es aber niemand so genau, weil es eben gerichtlich noch nicht entschieden wurde. Eine Grauzone ist also ein möglicherweise bestehendes Problem, was aber noch nicht vor Gericht gelandet ist. Für die Rezensionsexemplare bedeutet das, vielleicht müssen sie gekennzeichnet werden, vielleicht auch nicht. Es ist eine Grauzone. WBS, das ist die Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Säumeke, sagt dazu zum Beispiel, dass sie nicht gekennzeichnet werden müssen, wenn dieses zur Verfügung gestellte Produkt, in unserem Fall Buch, den Wert von 1000 Euro nicht überschreitet. Wichtig ist, dass man sich nicht von der Bereitstellung beeinflussen lässt und in der Produktbewertung eben ehrlich seine Meinung äußert. Wenn sich der Booktuber, der Blogger, was auch immer, aber dazu verpflichtet hat, das Buch besonders positiv zu bewerten oder sich besonders positiv darüber zu äußern oder sich auch einfach nur dazu verpflichtet fühlt, vielleicht auch aus der Hoffnung heraus, dass er dann noch mehr Rezensionsexemplare bekommt, dann ist es Werbung und dann muss es auch als solche gekennzeichnet werden. Die Medienanstalten folgen dieser Einschätzung übrigens. Hingegen zum Beispiel Dr. Schwenke, auch ein Rechtsanwalt, der vertritt eine andere Ansicht, dass Rezensionsexemplare sehr wohl gekennzeichnet werden müssen. Er vertritt dabei aber, finde ich, auch eine sehr strenge Auslegung. Also auch einer, der ich nicht folgen würde, weil er zum Beispiel ein Komplett, die Neutralität, die freie Meinungsäußerung abspricht. Ich persönlich kennzeichne Rezensionsexemplare immer, schon allein aus Gründen der Transparenz. Gesetzlich in Stein gemeißelt, per Gerichtsurteil ist das jedoch nicht. Und erst recht nicht, dass man dann enthältbezahlte Promotion in den Videos einfügen muss. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja mein Gott, ich kennzeichne ja dann praktisch zusätzlich, auch wenn es vielleicht gar nicht gekennzeichnet werden müsste. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, wenn man dieses inflationäre, enthältbezahlte Promotion in seinen Videos verwendet ist, dass man dadurch wirkliche, also unumstrittene, werbekennzeichnungspflichtige Inhalte verschleiert. Denn wenn man das bei jedem Video einfügt, dann aber noch so ein Video online stellt mit, naja, eigentlich ist das ja gar nicht so, ja, wer soll denn noch unterscheiden können, was jetzt wirklich bezahlte Promotion ist und was nicht? Ich finde das total irreführend und das wirkt auch dem eigentlichen Zweck so einer Kennzeichnung zuwider. Der Witz ist, dass dieses Einblenden von enthältbezahlte Promotion, selbst bei einem wirklich bezahlten Werbeinhalt, vermutlich nicht ausreichen wird als Kennzeichnung. Das vermute ich jedenfalls sehr stark. Denn wenn sich Gerichte schon schwer damit tun, solche Begriffe wie Affiliate oder Kooperation als ausreichend Werbekennzeichnung anzusehen, na dann werden sie es bei Promotion auch tun. Zumal bei solchen Bewertungen, ob das eben eine ausreichende Kennzeichnung ist, ob die eindeutig genug ist, wird immer auf den Empfängerhorizont abgestellt. Das habe ich euch ja vorher auch bei diesem Gerichtsurteil vorgelesen. Und dazu sollte man vielleicht auch wissen, dass Gerichte diesen immer als so ein bisschen dümmlich annehmen, also dass das eine Person ist, die von nichts eine Ahnung hat, die so ein bisschen treu-doof ist, die eben auch sehr arglos ist. Ja, und wenn man denn liest, enthält bezahlte Promotion, was soll das denn heißen? Ich würde also sehr stark bezweifeln, dass wenn man eben wirklich ein bezahltes Video oder eine Produktplatzierung in seinem Video hat, dass es dort ausreichend ist, wenn man dieses enthält bezahlte Promotion einblenden lässt. Waage ich ernsthaft zu zweifeln. So oder so halte ich also diese inflationäre und fehlgeleitete Kennzeichnung mit enthält bezahlte Promotion für unsinnig. Wenn nicht sogar für gefährlich, weil so eben möglicherweise wirkliche Werbung verschleiert wird. Warum das überhaupt aufgekommen ist, woher dieses Gerücht gekommen ist, dass man das jetzt so machen müsse, ist mir nach wie vor schleierhaft. Stärkt wurde das Ganze sogar noch, als ich nochmal nachgeguckt habe bei den Personen, wo ich halt gesehen habe, dass sie das so kennzeichnen neuerdings. Und dann festgestellt habe, ja zum Teil jetzt aber auch nicht mehr. Zum Beispiel bei Melody of Books, der Book Haul vom 06.09.2017, der war jetzt als enthält Promotion gekennzeichnet. Das Video aber über den Lesemonat August 2017 zum Beispiel nicht mehr. Obwohl bei beiden Videos in der Infobox Affiliate Links verwendet wurden, wobei die auch gekennzeichnet waren. Wobei in der Erklärung auch stand, Hashtag enthält Werbung für den Anbieter. Was soll mir das jetzt sagen? Keine Ahnung. Bei Cerebro Books das gleiche. Das neueste Video, also dieses 10 Arten Hörbuch hören, das war gekennzeichnet als enthält bezahlte Promotion. Wobei auch, ne, weiße Schrift auf weißem Hintergrund, super. Bei dem Video stand in der Infobox aber auch freundliche Kooperation mit irgendwer, keine Ahnung was das heißen soll. Wie gesagt, Kooperation finde ich jetzt auch nicht unbedingt eindeutig. In irgendeiner Form wurde das Video vermutlich bezahlt. Hingegen der Lesemonat zum August, der war auch nicht mit hier enthält bezahlte Promotion gekennzeichnet. Obwohl auch dort in der Infobox Affiliate Links verwendet wurden. Auch wenn man da in die Infobox guckt, sieht aber auch jeder anders aus. Also mal ist nur das Equipment mit so einem Stern gekennzeichnet. Mal sind alle Affiliate Links, die für mich ersichtliche Affiliate Links waren, mit einem Stern gekennzeichnet. Wobei ich ja auch finde, dass die jeweilige Erklärung dazu immer sehr schwammig ist. Dass mal ein Video mit enthält bezahlte Promotion gekennzeichnet ist, mal nicht. Habe ich auch bei Regenbogengarten gesehen. Also zum Beispiel das Weekly Nummer 31, da wurde enthält bezahlte Promotion eingeblendet. Bei dem Neuzugänge Video zu dem August 2017 wieder nicht. Dass durchgängig jedes Video gekennzeichnet wurde mit enthält bezahlte Promotion, habe ich jetzt eigentlich nur noch bei M2 Empire of Books und Glacynayla gesehen. Keine Ahnung, ob es noch andere Booktuber gibt. Also für mich im Moment diese Aufnahme ist das jedenfalls der Stand. Das ist für mich der 15. September 2017. Ja, was denn jetzt? Waren die anderen Videos, die mit enthält bezahlte Promotion gekennzeichnet waren, doch bezahlt? Und die, die jetzt nicht gekennzeichnet wurden, eben nicht? Gab es neue Erkenntnisse? Ein extra Video gab es dann dafür aber nicht? Ja, damit wäre die Verwirrung jetzt perfekt. Jetzt weiß doch wirklich niemand mehr, was ist denn jetzt wirklich Werbung und was nicht. Das Fazit, was ich ziehen möchte. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das ist nicht nur so ein Spruch. Es gibt viele Gesetze, die man beachten muss. Gerade auch als YouTuber, also mit einem aktiven Booktube-Kanal, als Blogger, als Bookstagrammer, was auch immer. Und das ist auch nicht so durchsichtig, auch nicht so eindeutig, wie es schön wäre, wie es vielleicht auch wünschenswert wäre. Es ist jetzt aber auch nicht so kompliziert, wie es manchmal dargestellt wird. Es gibt auch Kanzleien, Anwälte hier auf YouTube. WBS ist zum Beispiel so ein Kanal. Die haben eine ganze Videoreihe darüber gemacht, was es da so für Regeln gibt, wie man sich daran halten kann. Also das Material ist da. Man muss aber bereit sein, den Willen dafür aufzubringen, sich damit eben auch zu beschäftigen. Okay, geschafft. Das war es jetzt auch mit diesem Video. Das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!